Hallo, ich bin Robert von Baby One und ich möchte euch heute ein neues Bettchen vorstellen von der Firma Schiko. Das Thema Beistellbetten wird immer mehr und immer beliebter, weil natürlich die Kinder immer gerne mit an das große Ehebett oder an das Elternbett mit herangeschoben werden. Und die Firma Schiko hat dort ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das ihr jetzt exklusiv bei Baby One bekommen könnt. Was ist das Neue an dem Next2Me Magic? Magic bedeutet, mit einem Handgriff könnt ihr jetzt das Rollo herunterlassen. Wir haben innen drin eine atmungsaktive Matratze mit dazu gekommen. Wir haben schöne und innovative Designs, wir haben verschiedene Materialien. Es ist sogar, dass die Metallteile jetzt auch passend zu den Kunststoffteilen färblich gestimmt sind. Und ihr habt die Möglichkeit, dieses Beistellbett schön dicht ans Elternbett ranzuschieben, dass wir wirklich eben diese Verbindung halt dicht an dicht, Matratze an Matratze dort eben haben. Der große Clou und das Highlight, was bis jetzt noch kein Beistellbettchen auf dem Markt hat, ist, wenn ihr rechts und links die Arretierung löst, haben wir eine Schaukel- und eine Wiegenfunktion. Das heißt, wenn ihr dort nebenan liegt, habt ihr die Möglichkeit, das Kind ganz sacht in den Schlaf zu schaukeln. Und wenn es mal in einen anderen Raum geschoben werden soll, macht ihr zu vorne. Es hat vier Rollen und ihr könnt das hin und her in alle Richtungen bewegen, wie ein klassischer Koffertrolli, müsst ihr euch das vorstellen. Wenn wir das Ganze feststellen, habt ihr rechts und links zwei Knöpfe. Mit diesen Knöpfen könnt ihr dann die Höhe einstellen. Wir haben verschiedene Stufen, sodass eigentlich fast jede Betthöhe damit erreicht werden kann. Ein schönes, innovatives und echt modernes Schlafkonzept. Und ja, ich hoffe, nicht nur Baby schläft gut, sondern auch ihr schlaft damit gut. Und ein schönes Produkt für das erste halbe Jahr, denke ich.